Der Koffer ist sperrig und schwer zu tragen. Das Meer ist morgens ruhig und friedlich. Sie ist in der Lage, anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. Der Film hat eine fesselnde Handlung. Das Erdbeben verursachte katastrophale Schäden in der Stadt. Er ist vorsichtig und denkt immer nach, bevor er Entscheidungen trifft. Die Hauptfigur der Geschichte ist mutig und entschlossen. Er hat eine charmante Persönlichkeit, die andere anzieht. Das Auto ist ein klassisches Modell aus den 1960er Jahren. Der Film hat einen Damon auf den